24 24 Appointment Verabredung Verabredung Hast du den Bus verpasst? I waited for you for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Don't you have a cell phone with you? Hast du kein Handy bei dir? Hast du kein Handy bei dir? Be punctual next time. Sei das nächste Mal pünktlich. Sei das nächste Mal pünktlich. Take a taxi next time. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal ein Taxi. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. Nimm das nächste Mal einen Regenschirm mit. I have the day off tomorrow. Morgen habe ich frei. Shall we meet tomorrow? Wollen wir uns morgen treffen? I'm sorry. I can't make it tomorrow. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Tut mir leid. Morgen geht es bei mir nicht. Do you already have plans for this weekend? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Hast du dieses Wochenende schon etwas vor? Or do you already have an appointment? Oder bist du schon verabredet? Oder bist du schon verabredet? Ich schlage vor, wir treffen uns am Wochenende. Shall we have a picnic? Wollen wir Picknick machen? Wollen wir Picknick machen? Shall we go to the beach? Wollen wir an den Strand fahren? Wollen wir an den Strand fahren? Shall we go to the mountains? Wollen wir in die Berge fahren? I will pick you up at the office. Ich hole dich vom Büro ab. Ich hole dich vom Büro ab. I will pick you up at home. Ich hole dich von zu Hause ab. Ich hole dich von zu Hause ab. I will pick you up at the bus stop. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich an der Bushaltestelle ab. Ich hole dich vom Büro ab. Untertitelung des ZDF, 2020